Und ich habe gemerkt, also der einfache Weg wäre jetzt einfach die Klappe zu halten und dein Ding zu machen. Bring die Leute zum Lachen, damit sie nicht so sauer auf dich sind und du wirst immer safe sein. Schön, ein Job bei den öffentlichen, rechtlichen irgendwo und einfach, aber das geht nicht lange gut. Also du fühlst dann, nee, also entweder alles oder nichts. Hey, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Interview. Mein Name ist Felix van Frieden. Mein Gast heute Willi Kramer, Willi Kramer von Snicklink. Und Willi ist Verschwörungskomedien. Er selber beschreibt sich als Poet, Prolet und Prophet, ist Herausgeber der Zeitschrift Die Willi, deutsches erstes, hyper absurdes Personality-Magazin für Metadebile. Ist jetzt gerade in der dritten Auflage da, bald kommt die vierte Auflage. Ihr könnt gerne reinschauen, ist eine Mischung zwischen Comedy und Verschwörung. Willi wird gleich bestimmt noch was erzählen. Und es wird in dieser Folge wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Werbeblog geben, denn Willi hat einfach grandiose Werbeblocke für diese Zeitschrift gemacht. Seit 16 Jahren bist du auf YouTube aktiv, hast den Kanal Snicklink mit über 188.000 Abonnenten, bist in Israel geboren, lebst jetzt in Berlin, hast damals Berlin Fucking City moderiert eine Zeit lang, hast mit Sido Bitbitai gesprochen, mit vielen Rappern, vielen Grüßen aus Berlin. Hast dann einen Preis gewonnen 2012 und hast beim ZDF Neo die Serie Deutsches Fleisch ausstrahlen können, die du animiert hast, mitanimiert hast, geschrieben hast, gesprochen hast, sieben, acht Stimmen gesprochen hast. Also ich muss sagen, du bist ein Entertainment-Multi-Tasking-Mensch, der einfach ganz, ganz viele Sachen rausbringt und jetzt sagt, ja, ich muss irgendwie meinen Teil dazu beitragen, dieses ganze Wirrwarr, was da ist, ein bisschen an die Sichtbarkeit zu bringen und, ja, machst das auf deine Art mit Humor. Ich hoffe doch. Hallo, hallo Felix. Also Willi, schön, dass du da bist. Ein schöner Wrap-Up, ein schöner Wrap-Up. Viele Sachen hat man auch nicht mehr so auf dem Tisch, ne? Also gerade bei Leuten, die das kennen, die so hin und her und überall Wirbelwind, da hat man so ganze Abschnitte, die dann jemand vorliest oder aufsagt und die hat man schon völlig verdrängt, aber die sind natürlich auch alle Teil der kreativen Reise, ne? Ja, ich habe gesehen, die ersten Videos tatsächlich vor 16 Jahren auf deinem YouTube-Kanal und du bist sehr aktiv, aber auch nicht bei YouTube, machst auch auf X jetzt neuerdings viel, auf Insta, bist einfach sehr, sehr am Start und hast jetzt auch gesagt, du willst die Sachen gerne festhalten, auch Papier, wer weiß, was mit den Medien noch so kommt. Was war für dich die Motivation oder wie ist es gekommen, dass du die Sache Verschwörung, man sagt ja, Verschwörung ist ja eher sowas, was man, die meisten wollen das nicht. Die meisten wollen nicht als irgendwie Verschwörungstheoretiker bekennzeichnet oder betitelt werden oder Verschwörungstheorologe und du schreibst es dir einfach auf die Fahne, Verschwörung und Comedy, wie ist so der Weg dahin gewesen? Naja, das Wort Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheorien benutze ich natürlich auch nur, weil es erkennbar ist für Leute. Die Leute, die das wirklich leben und sich dafür interessieren, sehen sich ja eher so als was auch immer, Skeptiker, Mystiker, Kritiker, Neugierige. Ja, man kann auch Verschwörungstheoretiker sagen, das ist natürlich immer wieder so ein Kampfbegriff. Ich bin, glaube ich, in der Phase, wie, glaube ich, auch viele, was so Worte und Bezeichnungen angeht, dass man keine Energiezelle mehr daran verschwendet, sich gegen irgendwelche Annahmen von Leuten dafür zu rechtfertigen, sondern das so Feng Shui-mäßig, Wingzum-mäßig so aufnimmt und mit dieser Energie mitgeht und einfach sagt, okay, du, wenn ich für dich das bin, dann ist das okay für mich, ich mache eh mein Ding, ich halte mich jetzt aber nicht daran fest, nein, das bin ich nicht und dann bin ich es halt. Ich habe das dann meine Kommen übernommen. Ich war einfach schon immer, das liegt, glaube ich, an meiner Erziehung, an meinen Interessen, an meinem sozialen Umfeld, immer schon sehr, sehr fasziniert von Prozessen, auch Prozessen, Hinterprozessen, geheime Verbünde und alles Mögliche. Das war immer ein Teil von mir, den habe ich nie so wirklich öffentlich gemacht, aber das hat mich immer interessiert und dann habe ich angefangen, Texte darüber zu schreiben, auch ein Buch darüber geschrieben und dann habe ich gemerkt, du musst das eigentlich gar nicht so hart trennen, also dieses leichte, spaßige Comedy-Ding und dieses schwere, dunkle Verschwörungsding, also bin ich jetzt ein Conspiracy-Comedian und es funktioniert wunderbar. Ja, sehr cool. Was war für dich die Motivation, die Sachen auch noch draußen zu bringen? Oder wie war der Weg, dass du sagst, einerseits hast du dich mit den Dingen beschäftigt, aber jetzt hast du eine sehr große Reichweite aufgebaut und da sind ja viele kritische Themen, die jetzt gerade da am Start sind. Es ist ja auch irgendwo eine heikle Sache, aber du bringst die Sache jetzt einfach raus. Also bei vielen war es wahrscheinlich so diese unmittelbare Kompression zur Corona-Zeit, das war es nicht unbedingt für mich. Bei mir war es wirklich zu 99 Prozent ein Gefühl von Unauthentizität oder eine Angst vor Unauthentizität oder ein, also ich habe einfach gespürt, wenn ich das nicht anspreche und was damit mache, dann lebe ich nicht mein volles Potenzial und dann gebe ich auch nicht den Leuten das, was ich ihnen geben kann. Ich gebe ihnen nur einen Teil des Geschenkes, also nicht jetzt das alles, was ich gebe, ein Riesensegen für die Welt ist, aber so sollte man doch rangehen jeden Tag. Was kann ich denn der Welt geben mit dem, was ich bin und kann und so. Und dann, also ich habe immer schon alles Mögliche, also natürlich angefangen mit Büchern von Orwell und Huxley und dann später auch Comedians, die in die Richtung gingen, so George Carlin, aber auch Leute wie Alex Jones, dann später hier Ken FM, hat mich natürlich sehr, sehr hart geprägt, lange, lange vor Corona. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich davon erzählt habe, dass Leute diese Personen so hart angreifen, und ich dann gemerkt habe, gut, kann wohl jemand, nicht jeder was damit anfangen. Zur Corona-Zeit wurde das dann natürlich exorbitant hyperabsurd. Und ich habe gemerkt, also der einfache Weg wäre jetzt einfach, die Klappe zu halten und dein Ding zu machen. Bring die Leute zum Lachen, damit sie nicht so sauer auf dich sind und du wirst immer safe sein. Schön, ein Job bei den Öffentlichen, Rechtlichen irgendwo und einfach, aber das geht nicht lange gut. Also du fühlst dann, nee, also entweder alles oder nichts. Und ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Man verliert dann Leute, die enttäuscht sind und einen irgendwie Nazi nennen oder Schwurbler. Und man gewinnt neue Leute, die sich freuen auf diese Perspektive, die man dem Ganzen noch draufsetzen kann. Und inzwischen ist es für mich einfach, also ich weiß nicht, also man kann sich ja nicht vorschreiben lassen, was einen interessiert oder wie tief man in die Dinge reingeht, weil das irgendwie einen komischen Ruf hat. Ich meine, das macht ja Sinn, dass gewisse Seiten der Regierung oder der Medien keinen Bock drauf haben, dass jeder sich mit dem dahinter beschäftigt. Das ist ja klar wie Kloßbrühe, ja. Aber umso mehr sollte es ja einen anspornen. Und jetzt habe ich das Gefühl, das Gefühl der Inauthentizität geht weiter, weil es immer neue Höhen hat natürlich und immer neue Herausforderungen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt offen und ehrlich damit umgehen kann und auch dem noch eins draufsetzen kann. Es fühlt sich gut an. Wann war das bei dir im Leben? Du hast ja auch dann mal teilweise für die Öffentlichen gearbeitet. War das so ein krasser Bruch oder war das so ein schleichender Übergang? Also ich glaube, das war schon immer so. Ich hatte einfach, wie viele, wie du vielleicht auch früher, wenn man jünger war, nicht die richtigen Begriffe oder Worte. Oder man dachte, man hat da irgendwelche Hirngespinster im Kopf oder hat ab und zu mal kleine klandestine Gespräche auf dem Schulhof geführt. Aber das war halt alles Babykram. Dann das große Awakening war natürlich diese Zeitgeist-Doku, die im Prinzip auch ein Kunstprojekt war. Aber doch, die hat wirklich Synapsen geschreddert bei mir. Ich saß da einfach eine Stunde danach auf meinem Bett und konnte mich nicht bewegen vor Faszination, dass jemand das so in Worte fasst. Natürlich war das auch alles nach 9-11 und da gab es viele andere Sachen. Also es war ein fließender Übergang, aber eigentlich nur hin zu neuen Begrifflichkeiten, neuen Quellen der Inspiration, neuen Personen, mit denen man das auch teilen kann und die einen auch inspirieren. Und natürlich der Höhepunkt war dann natürlich die Kulturkrise, wo das alles, was man immer so theoretisch hatte, plötzlich wie eine Blaupause Punkt nach Punkt nach Punkt abgehakt werden konnte. Wie operieren Medien? Wie wird ein Schreckgespinst erschaffen? Wie werden Leute gegeneinander aufgehetzt? Wie verkauft man denen die Lösung oder das Medikament oder eine Ideologie? Wie ist der nächste Schritt? Jetzt brauchst du wieder einen Krieg. Also da konnte man als kritischer Mensch gar nicht anders, als einfach zu sagen, okay, jetzt ist wohl eine neue Phase erreicht und jetzt können wir auch nicht mehr zurückhalten, dass wir diese Strukturen erkennen. Egal, was andere Leute sagen, da gibt es keine Strukturen oder irgendwas stimmt nicht mit dir oder das ist gefährlich oder du gefährdest die Demokratie. Ich glaube, im Inneren eines jeden Verschwörungstheoretikers ist nicht die Lust nach Zerstörung und Chaos, sondern ganz im Gegenteil. Du willst ja Leute warnen und schützen. Du willst ja, dass alle frei sind und erfüllt, fair, gut zueinander, erleuchtet, erwacht, spirituell auch irgendwie manifestiert deine ganzen Träume und Gedanken. Du willst eine bessere Welt. Und dazu gehört es, dass du Dinge ansprichst, wo du siehst, da spielt jemand unfair, mit unfairen Mitteln. Wenn man das nicht machen würde, dann wäre es bestimmt einfacher, aber sinnlos. Hast du gerade gesagt, jetzt ist gefühlt für dich eine neue Phase erreicht und das sehe ich genauso, bei dem war es auch so, dass ich mich schon immer mit den Sachen beschäftigt habe, die Zeitgeistung hatte ich schon gar nicht mehr im Blick, wo du gerade gesagt hast, habe ich natürlich auch gesehen, aber ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, aber die küsiert ihr damals so rum und gesagt, boah, das musst du dir angucken und so. Das war gar nicht so gut produziert irgendwie. Das war so ziemlich amateurhaft zusammengeschnitten, aber irgendwie... Das war der Charme. Das war der Charme, ja. Ja, und genau, jetzt ist die neue Phase erreicht. Was, hattest du da so im Moment, wo du dachtest, boah, jetzt ist es so offensichtlich und was hat das mit dir gemacht? Hast du gedacht, boah, es kann doch nicht wahr sein? Wie war das? Oder war das schon okay? Ja, war Schlüssel-Schlüsselloch-Prinzip. Also einfach eine ganz normale organische Fügung. Keine Überraschung, keine Hysterie. Du hast einfach gemerkt, ja, du hast dieses Lied jetzt die ganze Zeit gesungen und plötzlich spielt es ein Orchester. Und es ist einfach ganz klar wie Klosbrühe, was passiert. Schmerzhaft ist dann eher so in der ersten Phase, du siehst, wie Leute gerade erst zum ersten Mal in ihrem Leben aufgrund der Vehemenz dieses Ereignisses und den Maßnahmen konfrontiert sind mit dieser Ambiguität zwischen dem Offiziellen und dem Unoffiziellen. Und du spürst ihren Struggle, wie sie da überhaupt erst reinfinden müssen in diese Kritik. Und du bist da schon seit Jahren und willst sie eigentlich ins Boot zerren, aber sie wehren sich, und das ist auch ihr Recht, man kann keinen zwingen. Ich habe gerade den schönen Satz gehört, du kannst niemanden konvertieren, du findest einfach die Richtigen. Du findest die Leute, die zuhören wollen und die bereit sind. Und so war es. Und plötzlich war alles im Aufruhr und ich habe innerlich komplett gechillt, weil ich dachte, ach so, das ist jetzt die Psy-Op. Das ist jetzt die aktuelle Psy-Op. Okay, da wird jetzt alles ein bisschen größer, da reicht kein Krieg mehr oder eine Inflation, und da kommt jetzt ein Virus und das und das wird passieren, am Ende wird das passieren, dann geht es weiter und dann kommt die nächste Psy-Op. Also ganz organisch. Ja, und an ein paar Punkten, wo es dann wirklich auch, wo man in Bedrängnis kam, weiß nicht, wenn man auf einer Demo war und zur Seite genommen wurde von Bullen, weil man irgendwie keine Maske trägt, dann merkt man, aha, okay, die Leute, die das durchsetzen, die funktionieren jetzt auch auf ihrer Frequenz, die kriegen Anweisungen und da wird einem dann auch viel klar. Warum passieren Dinge auf der Welt? Warum gibt es Unterdrückung? Warum gibt es alle möglichen Formen von Ungerechtigkeit? Weil Menschen programmiert werden mit bestimmten Dingen, die sich jemand ausdenkt, damit das Ganze funktioniert. Und alle anderen haben die Möglichkeit, mitzumachen oder sich zu widersetzen. Und das war es im Prinzip. Ja. Ja, das ist unglaublich, wie das funktioniert und wie die Programme laufen, dass man alles so sehen kann. Das scheint so, als hättest du dir das angeschaut und bist ruhig geblieben, hast dich um deine Sachen gekümmert. Ist das so, macht das den Anschein oder war das so? Naja, da kommen wir jetzt natürlich zu meiner anderen Persona, der kreativen Persona, die ja so irgendwie outgesourced ist, die sich natürlich, die natürlich komplett inspiriert war durch diesen kollektiven, globalen Wandel der Ereignisse. Und ich habe dann erst mal zwei Jahre durchproduziert auf höchsten, kreativsten Output. Also ich habe da diese Corona-Hits gemacht, Keim Live, Song Compilation, Song Verarschung, die gingen alle durch die Decke. Und es hat Leuten auch irgendwie Kraft gegeben in dieser Zeit, habe ich jedenfalls oft gespürt und auch gehört von Leuten. Das war eher unverschwörerisch, das war eher so locker. Aber dahinter waren immer so ein paar kleine Messages. Ich habe da Stundenmaterial gemacht und habe mal so einen Zehn-Minuten-Clip zusammengeschnitten, wo ich dann doch ziemlich klar zwischen dem Humor gesagt habe, was hier abgeht mit Impfungen und Höhenschips und Bill Gates und so weiter. Also ich glaube, die Kunst ist es, die Leute nicht zu überfordern und trotzdem bei aller Leichtigkeit immer auch deinen Punkt zu machen und zwar klar und deutlich zu machen. Und das hat sich gut angefühlt. Und ich habe da auch gemerkt, das ist irgendwie auch meine Bestimmung. Das ist auch mein Sinn hier, dass ich diese zwei Seiten kombiniere und den Leuten irgendwie Kraft spende. Mir selbst am Ende natürlich auch und meinen Liebsten. Also hatte ich da eine ziemlich gute Zeit. Alles, was draußen war, habe ich relativ wenig wahrgenommen, außer übers Internet. Ja, und dann wurde es natürlich immer heftiger, aber irgendwie ist es dann auch verflogen, wie so ein Zaubertrick. Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr beeindruckend, wie das plötzlich alles verflogen ist und wir jetzt in so einer Zwischenphase irgendwie sind. Jetzt hast du gerade über deine Bestimmung gesprochen. Einige werden dich wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal sehen, werden wahrscheinlich auf deinen YouTube-Kanal gehen, Snicklink, werden schauen, was da ist. Viele gucken sich wahrscheinlich deine Videos an und gucken jetzt das Interview und lernen den Menschen hinter den ganzen Clips nochmal besser kennen. Wie ist so deine spirituelle Sicht, weil du gerade von Bestimmungen gesprochen hast? Wie siehst du das, dass wir hier inkarniert sind oder auf der Erde sind? Was ist so der größere Kontext vielleicht von dem Bild? Also ich sage ja sehr oft gern, dass ich Simulationstheoretiker bin. Das heißt, alles, was wir hier erleben, ist im Prinzip der Traum im Kopf eines schlafenden Riesen, mehr oder weniger, wenn man so will. Ob das jetzt Gott ist oder Krishna oder wer auch immer oder ein Programmierer, ein 15-jähriger Programmierer aus Wichita Falls, USA, der an seinem alten Rechner sitzt und uns durchsimuliert. Es kommt aufs selbe raus. Die Realität ist letztendlich für uns gar nicht wirklich greifbar. Wir haben alle Versionen der Realität. Wir haben unsere kleine Realität, unsere große. Wir haben unendliche Variationen von dem, was das eigentlich bedeutet. Bewusstsein, Realität, Zeit, Leben, Existenz und so weiter. Und ich bin einfach da prinzipiell für alles offen. Ich erlebe Wunder jeden Tag. Das heißt, ich habe da so einen Pfad, an dem ich mich entlang lebe, Synchronicitäten. Ich nenne es einfach Wunder. Du manifestierst etwas, es passiert. Oder du wünschst dir etwas, es haucht auf in irgendeiner Form und spricht ganz klar mit dir. Du musst halt nur zuhören. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied zwischen spirituellen und nicht spirituellen Menschen. Das hat weder mit Intelligenz noch mit Herkunft oder irgendwas anderem zu tun. Sondern dieses, ich nehme Dinge nur an als das, was sie sind. Oder ich bin offen für eine Verschmelzung von Realität, Traum, Wirklichkeit, Fantasie. Also was Dinge sein könnten, was Dinge mir vielleicht versuchen zu sagen. Also ein bisschen so eine mystische Herangehensweise. Ich glaube, das ist es letztendlich. Wahrscheinlich gibt es auch viele spirituelle Leute, die einfach ganz klar anhand ihrer Religion leben und gar nicht diesen Sinn haben. Aber für mich ist das so, guck hin und du wirst Wunder finden. Und sobald du diese Wunder entdeckst und realisierst und unendliche Dankbarkeit dafür abrufst, was das eigentlich bedeutet, dass hier Millionen Wunder am Tag passieren, bist du auch fähig, sozusagen Wunder zu erschaffen für andere und kannst Dankbarkeit abrufen. Und hast dann natürlich auch Momente, wo das alles keinen Sinn macht und du in einem schwarzen Loch bist. Aber dann kannst du dich trotzdem da rausholen, weil du diese Wunder gesehen hast. Und ich meine, das ist es. Mehr gibt es nicht. Also einfach unendlich viele Wunder. Ja, sehr, sehr schöne Sicht. Unendlich viele Wunder. Finde ich grandios. Es ist jetzt überraschend. Du hast jetzt auf einer Seite diese ganzen Wunder und diese wunderbare Weltsicht und du beschäftigst dich auch viel mit der Politik. Und da kann man ja sagen, okay, das ist vielleicht das Gegenteil von Wunder. Wie schaffst du es, da eine gute Balance zu kriegen? Weil du sagst auch, du bist ja schon dann in dem Prozess drin und die Clips, die dauern ja eine Zeit lang. Das ist ja nicht immer eben so produziert. Wie hast du da den Abstand? Und kannst dann auch wieder, die Wunder sehen? Schöne Frage. Schöne Frage. Geht mir sehr nah. Also ich glaube, also erstens habe ich das gar nicht immer so bewusst auf dem Schirm. Das Leben ändert sich ja auch. Vor einigen Jahren saß ich irgendwie in so einem Zen-Kloster hier in Berlin und habe irgendwie täglich mit irgendwelchen Mönchen meditiert. Und ich kann mir diese Realität gar nicht mehr vorstellen. Das war eine Phase in meinem Leben. Aber sicherlich habe ich da was mitgenommen. Ich bin also nicht die ganze Zeit bewusst auf so einer spirituellen Frequenz, aber ich bin die ganze Zeit auf einer Erschaffensfrequenz, auf einer kreativen Frequenz. Und was man da genau macht, ob man sich jetzt mit Baerbock und Habeck beschäftigt oder mit Buddha und Gandhi oder mit Zeitreisen, für mich ist das eigentlich sekundär. Also ich pflege und höre auf mein inneres Kind, auf meinen inneren Künstler und versuche jeden Tag diese Frequenz zu erreichen und darauf zu surfen. Und dann guckt man sich halt an, was gerade so in der Welt passiert und versucht von diesen Themen, die teilweise wirklich sehr trivial sind, sehr weltlich, auch sehr materialistisch manchmal, trotzdem irgendeinen Twist zu kriegen, der einen auf diese Erschaffensfrequenz bringt, wo man dann noch irgendwas damit machen kann. Manchmal sind das auch ganz kindische Sachen, die überhaupt nicht irgendwie großartig weise oder spirituell sind, sondern total vulgär und verspielt. Das macht aber auch Spaß. Also ich spiele einfach gern. Und für mich ist also dieses Künstler-Dasein oder wie auch immer man es nennt, für mich ist das pure Spiritualität. Ich bin nämlich ständig im Einklang mit Energien, mit irgendwelchen Energien oder irgendwelchen Botschaften, die durch mich kommen, irgendwelchen Inspirationen oder Wünschen oder auch Herausforderungen, wie jetzt so weltlich, global. Das heißt, das haben bestimmt auch andere Menschen, für mich ist es so eine Art Künstlerspiritualität, eine ganz persönliche Spiritualität. Wie kann man sich so einen Alltag bei dir vorstellen? Ist das für dich so Arbeit oder du hast ja, ich habe es gesehen, es gibt so ein schönes Video, wo ein Gollern bei dir im Büro ist oder Kreativraum ist, ich weiß gar nicht, wie du es nennst. Atelier, ja. Atelier, genau. Sieht ja richtig cool aus da bei dir. Wie zählst du die Stunden oder gehst du rein und machst einfach, bist der Erschaffende? Ganz unspektakulär, ganz spießig. Die Wunder finden alle nur im Kopf statt. Ich wache auf, ich bringe meine kleine Tochter zum Kindergarten, ich hole mir irgendwo, keine Ahnung, eine Beefy und ein Mineralwasser oder einen Kaffee, esse irgendein Brötchen, gehe nach Hause, keine Ahnung, mache mir einen Kaffee, surfe ein bisschen rum und dann plötzlich gehe ich in so einen Trance-Modus, vergesse Zeit und Raum, irgendwann sind zwölf Stunden oder manchmal auch drei oder vier Tage vergangen, ich komme da wieder raus und bin da wieder in der normalen, spießigen Welt. Also einfach die Inspiration, ich stehe in einer ständigen, ich habe eine Beziehung zu dieser Inspiration, ich warte darauf nicht, ich erinnere mich nicht daran, dass das mal so war. Ich stehe in ständigen Austausch mit dieser Inspirationsfrequenz. Das heißt, ich rufe die auch nicht, ich weine da auch nicht hinterher, ich freue mich auch nicht mehr super krass, wenn die da ist. Es ist einfach mein ganz normales Leben. Ich komme jeden Tag fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf Stunden auf diesen Hyperflow und da kann ich dann spielen und das geht dann meistens so ein paar Wochen, ein paar Monate, manche würden dazu sogar auch Bipolarität sagen oder manisch-depressiv. Das hat manische und manchmal auch depressive Elemente, aber ich würde mich da nicht unbedingt auf dem Spektrum wiedererkennen. Und dann geht so ein Zyklus, geht dann so ein paar Monate und dann habe ich ein paar Wochen, wo ich echt merke, nee, also jetzt ist mal Pause. Finde mal zu dir selbst, konsumiere mal, geh mal spazieren, mach mal was mit deiner Tochter, mach mal was total Unkreatives. Das geht dann auch ein paar Wochen und dann geht es wieder in diesen Hyperkreationsmodus. Und ich musste für mich erst rausfinden, dass dieses ständig High-Sein, ständig in Verbindung mit der Quelle sein, gar nicht anstrebsam ist, sondern im Gegenteil. Das ist toll, wenn du da wieder rauskommst, dich um dich selbst kümmerst, deine Gedanken gar nicht mehr auf irgendwas fokussieren musst und jetzt habe ich das endlich begriffen und bin näher an diesem Äquilibrium dieser verschiedenen Seiten, die ja jeder hat. Manchmal hat man einen guten Tag, manchmal einen schlechten Tag und einfach akzeptieren, das ist jetzt ein schlechter Tag. Das ist voll geil, voll okay, geht vorbei. Also zu deiner Frage, da sind, da ist kein Lametta, keine Substanzen, keine großen Austausche. Es ist einfach, ich gehe an einen Ort, wo ich mich sicher fühle, mein Atelier zum Beispiel und fange einfach an zu arbeiten und bin froh, wenn da was Schönes rauskommt. Und wenn du jetzt von Arbeit sprichst, das sind jetzt hauptsächlich die Videoclips, die man auf YouTube schauen kann, dann deine Zeitschrift, die Willi oder was hast du sonst noch so für Projekte, von denen man vielleicht nichts weiß oder? Genau. Naja, das hat sich über die Jahre so, ist das so ein komisches Zirkuszelt geworden aus vielen verschiedenen Sachen, aus Videos, aus Musik, aus Versandartikeln, aus der Zeitschrift, aus dem bisschen Kohle, was man da von YouTube kriegt oder von irgendwelchen T-Shirt-Verkäufen. Also habe ich da irgendwie so fünf, sechs verschiedene Sachen, die aber alle immer durch meine Kreation angetrieben werden. Also wenn du einen viralen Hit hast, wo du dann vielleicht ein, zwei Millionen Views hast und du hast dann zum Beispiel was, was dazu passt, dann kaufen es die Leute, du freust dich, du lebst davon, der Staat freut sich, alle freuen sich. Es gab aber auch Jahre, wo das natürlich noch gar nicht so geklappt hat, wo ich richtig hasseln musste. Ich habe angefangen mit Büchern, das war mein erstes Kunstprodukt sozusagen, habe neun Bücher geschrieben, habe die selber verlegt, selber rausgebracht, habe die in irgendwelche Cafés gelegt oder Friseursalons und auf Provision und einmal im Monat danach hat jemand was mitgenommen und Lesung organisiert. Aber da habe ich gemerkt, wie so ein bisschen das Selfmade-Business funktioniert und es hat mir total Spaß gemacht. Also ich komme aus einer Autorenfamilie, meine Mutter ist Autorin, mein Vater, der verstorben ist, der war auch Autor und für mich war das ganz normal, dass du, wenn du coming of age bist, wenn du alt genug bist, dann fängst du an, deine eigenen Bücher zu schreiben. Und das hat mich dann so ein bisschen abgeherrattet, auch für alles, was danach kam, weil das ist ja ein unheimlicher Sprung. Also du produzierst dann was Eigenes und verlegst es dann selber, verkaufst es, lebst davon und das, was jetzt ist, nach 10, 15 Jahren, nach dieser ersten Phase, ist, alles kommt zusammen, du bist selbstsicher, du weißt auch genau, wozu du fähig bist und wozu auch nicht, ganz wichtig. Und ich bin, so gesehen, bin ich eigentlich auch ein Kunst-Businessman irgendwie, weil ich habe keinen Bock darauf, von irgendwelchen Galeristen oder Verlegen oder Redaktionen oder Leuten abhängig zu sein, die sagen, nee, heute darfst du, morgen darfst du nicht, dafür gibt es Geld, dafür nicht, nee, volle Power, jeden Tag, auf eigene Gefahr, auf eigenes Risiko, aber dafür auch mit dem eigenen, also man erntet, was man sieht, so ist das. Ja, richtig schön, wenn du das sagst, ich mache das ja auch, ich unterstütze ja Leute dabei, ist Soul-Business, nennen wir das hier wirklich, online auf die Beine zu stellen und das ist auch für mich, dass den Seelenauftrag leben, die Berufung leben, wirklich rausgehen und das ist manchmal ein langer Weg von hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, du hast gerade gesagt, neun Bücher, habe ich es richtig verstanden, du hast neun unterschiedliche Bücher geschrieben, hast du dann immer wieder, das ist ja wirklich unglaublich, oder? Ich habe ein Hyper-Output, aber das ist natürlich jetzt auch nicht im Jahr passiert, sondern über 10, 12 Jahre, aber ich setze mich dann auch nicht hin und schreibe ein Buch, das würde ich mir nie zutrauen, ich schreibe einfach, egal was passiert, ich schreibe jeden Tag ein paar Seiten, ob ich die veröffentliche oder nicht, ob die nun privat für mich sind, so das heißt, nach einem Jahr gucke ich dann zurück und sage, okay Digga, du hast jetzt hier 500 Texte, von denen sind vielleicht 100 gut und 50 sehr gut, 50 sehr gute Texte, damit lässt sich eigentlich ein guter Kurzgeschichtenband machen oder ein Buch, wie auch immer, das habe ich so 7, 8 Mal gemacht, einmal habe ich mich auch wirklich hingesetzt und wirklich ein Buch geschrieben, aber ja, das ist dieses Geschenk von diesem hyper-kreativen Output, womit ich offensichtlich gesegnet bin und ich sammle ständig ein, ich laufe mit so einem Korb rum und gehe zu den Bäumen, wo was runterfällt und mache daraus Obstsalat, also eigentlich bin ich eine Art Obstsalat-Maker, wenn man so will. Ja, das ist, und ja, mit der Zeitstelle ist es genauso, also man ist halt täglich inspiriert, sammelt dann seine besten Texte und Bilder und Videos und schreibt nochmal was Exklusives dazu, macht ein paar Interviews und also mein Motto ist, jeden Tag geilen Shit machen. Jedes Wort ist wichtig, jeden Tag, nicht nur jeden zweiten oder jeden zehnten oder einmal im Jahr, jeden Tag geilen Shit, nicht nur irgendeinen Shit, kein Scheiß, sondern geilen Shit, so. Und wenn du das paar Jahre machst, dann passiert da auch was. Ja, sehr, sehr schöne Ansicht. Wie war das bei dir in der Zwischenzeit? Hattest du schon immer diese Klarheit, weil es war neun Bücher geschrieben und die findet man jetzt nicht mehr oder wo findet man die noch? Die gibt es als E-Books auf meiner Homepage auf snickling.de, die gibt es auch noch ein paar, ich habe auch noch ganz viele hier, ich muss die irgendwann mal wieder anbieten oder so, die ist ja auch viel Platz, es gibt die sogar ein paar Antiquitätsläden, da sind meine ersten Bücher für irgendwie 380 Euro für so ein Paperback, weil es es einfach nicht mehr gibt und jetzt Leute sich langsam dafür interessieren, was hat der Typ eigentlich vor 15 Jahren gemacht und finde ich eigentlich ganz lustig. Aber eigentlich sind die gar nicht mehr so wichtig, das sind alles Vergangenheitsmodi von mir, der aktuelle Modus ist immer der wichtigste, also das, was ich gerade jetzt mache, repräsentiert mich und die Welt eigentlich am meisten, ist glaube ich dann auch am spannendsten für die Leute, also let it die. Wobei, ich war auch immer so jemand, wenn ich dann irgendwie angefixt war und von irgendjemandem, der mich begeistert hat, dann wollte ich immer die ganze Geschichte wissen und ich fand dann immer so die alten Sachen richtig schön, also damals als Kind die alten Musikstücke, die alten Musikvideos und so, ich kann das schon verstehen, dass man irgendwie denkt, ah, was war da früher. Ja, kenne ich auch total und ich glaube, als selber Kreativer ignoriert man das manchmal und denkt sich, ey, wen kümmert das, was ich vor zwölf Jahren gemacht habe, aber die Lore, wie die jungen Leute das nennen, die Geschichte, die ganze Backstory zu der Person ist für die Hardcore-Fans interessant, aber ich glaube, für die meisten nicht so und für mich selber auch nicht so und zum Glück kommt ja jeden Tag so viel, dass ich fast gar keine Zeit mehr habe, da so viel zurückzublicken, aber ja, es war da, es ist passiert. Hattest du mal in der ganzen Phase auch so Zeiten von Zweifel oder du dachtest, boah, lohnt sich das oder hole ich mir einfach irgendwie einen Job oder wie hast du das durchgegangen? Ja, Zweifel nicht so viele, so ein bisschen Herausforderungen wie jeder natürlich, ich habe ehrlich gesagt angefangen, ja, ich habe mir ein Studium gemacht, damit meine Eltern glücklich waren, ehrlich gesagt, dann habe ich so ein bisschen in der Online-Branche gearbeitet, da so Webdesign gemacht, dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe so Websites und Grafikdesign und so gemacht, habe dann auch ein paar Agenturen gearbeitet, naja, und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das ist okay, da kannst du jetzt weitergehen, aber das hat sich immer so wie so ein temporäres Ding angefühlt, dann sind ein paar sehr prägende, familiäre Sachen passiert, insbesondere der Tod meines Vaters, das ist auch schon fast 15 Jahre her und da ist man dann in so einer sehr interessanten Position und denkt sich, okay, ich bin jetzt gerade gezwungen mit einem großen Kapitel, mit einem wichtigen Kapitel meines Lebens abzuschließen, das braucht ja viel Kraft, aber in dem Zuge schließt man dann auch manchmal mit anderen Dingen ab, mit anderen Leuten, mit allen anderen Jobs und Orten, Charakteristika von sich selbst und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, es gibt auch den Tod, den habe ich gerade erlebt bei jemandem und was bedeutet es für mich? Für mich bedeutet es, dass ich keine Sekunde meines Lebens mehr verschwende, für Sachen, die mich nicht glücklich machen, was natürlich jetzt nicht immer geht, aber zumindest beim Job sollte man versuchen, das so früh wie möglich, einfach eine Entscheidung zu treffen. Das verstehen viele nicht. Es geht um die Entscheidung. Also wo ist das Geld? Was werden die Leute denken? Bin ich gut genug? Ja, alles valide Fragen, aber entscheide dich für etwas, gib alles, investiere alles, was du hast, an Energie, Kosten, Erfahrung herein und du wirst irgendwo hinkommen. Und wenn es 15 Jahre dauert oder 50. Aber viele junge Leute gerade sind ja so, die Welt ist anders, das was man vor 10 Jahren auch noch uns gesagt hat oder vor 20 Jahren, mach das Studium, übernehmen die Firma von Papa oder mach was mit Hand und Fuß, das hat überhaupt keine Relevanz mehr. Das heißt, die Leute sind noch verwirrter als wir damals waren mit 18, 19 und denken sich so, ja Mist, aber das Modell ist immer noch das gleiche, such etwas, was du liebst. Ja, du hast es richtig gut auf den Punkt gebracht und genau so sehe ich es auch, das Einzige, was wir nicht wissen, ist wann. Wann wird es fruchten, wann wird es erfolgreich, aber das, wenn man so am Start ist, wenn man jeden Tag, wie du gesagt hast, wenn man jeden Tag, wenn deine Worte den heftigsten Shit macht oder irgendwas, irgendeinen geilen Shit macht, dann kommt was bei rum und die Frage ist einfach, wann und das will dabei bleiben und das Interessante, was ich auch bei mir im Leben beobachtet habe, häufig beginnt das erst mit der Entscheidung. Wenn man wartet, bis irgendwas im Außen passiert, ich bin doch nicht bereit, weil das muss erst mal passieren, das muss erst mal passieren, dann kommt das nicht, aber nach der Entscheidung, wenn die ganz klar ist, dann kommen auch die Dinge im Außen, dann kommen auch die Wege. Natürlich, weil die Entscheidung ja auch die Einladung ist für diese Dinge. Die Entscheidung ist nichts weiter, als die Tür zu öffnen für alles, was kommen will, dass es weiß, ich bin jetzt eingeladen, ich darf jetzt kommen. Ich stelle mir manchmal so zum Beispiel vor, einfach so absurdes Bild, gehen wir 5000 Jahre zurück, da ist irgendein Bauer auf den Feldern vom Nil im alten Ägypten und macht da den Boden, also baut da irgendwas an. Aber eigentlich, also vom Potenzial her, wäre diese Person der beste Grafikdesigner des gesamten Universums. Er weiß es nur nicht, weil es gibt kein Photoshop, es gibt keine Computer, es gibt noch nicht mal Häuser aus Stein, was weiß ich. Also wie kommst du dahin, dein Potenzial zu entdecken? So, aber er braucht es alles gar nicht. Er kann irgendetwas finden, was auf dieser Frequenz sozusagen ebenbürtig ist, ob es jetzt, keine Ahnung, Hieroglyphendesigner ist oder was weiß ich, ja irgendwie Bote anmalen. Aber dein Potenzial erreicht dich schon, du musst es nur reinlassen. Und dann gibt es immer diese Storys von Leuten, die denken, ja, das bin doch nicht ich oder das kann ich doch nicht bringen oder ich komme aus einer angesehenen Ärztefamilie, wie soll ich denn jetzt Clown werden? Und nee, das Potenzial wird dich einholen und es wird auch dafür sorgen, für dieses Gefühl im Magen, dass du irgendwas nicht richtig machst und dass du dein Potenzial verschwendest, weil es will gehört werden, bei jedem, bei jedem Menschen. Deine Frage war, Zweifel, also wenn, dann waren es wirklich nur Zweifel, ob ich sozusagen vielleicht noch was optimieren kann, aber ansonsten wusste ich schon früh, okay, ich muss irgendwie Geschichten erzählen. Also ich muss, egal ob jetzt mit Ton, mit Bild, mit Farbe, mit Computer, Filme, Deepfakes, ich muss irgendwie, ich möchte Geschichten erzählen, Geschichten erzählen, das kann ich und ich glaube ja auch stark an dieses Ikigai-Modell, ich hoffe, du kennst es, diese vier Kreise, die zu deinem Ikigai führen, also deinem, deinem Daseinszweck im Prinzip, ja, also worin bin ich gut, was macht mir Spaß, wofür kann man mich bezahlen und was braucht die Welt? Und wenn du diese Dinge findest, die da, also drei von vier Kreisen ist schon sehr, sehr viel, aber wenn du die vier Kreise findest, dann bist du in deinem Ikigai, dann bist du in deinem Element und dann können dich alle mal. Ja, das ist, das hört sich, wenn man so spricht, immer so leicht an, und das ist das Geniale, aber wenn man dann wieder im alltäglichen Leben ist, dann ist es häufig eine Herausforderung, aber ich denke, es ist so logisch, dass wir diesen Schritt gehen, weil, und du hast es gerade gesagt, mit diesem Wort, Bestimmung, wir sind hergekommen und wir haben die, die Gaben und wir können da so viel geben und das, was uns zurückhält, das ist häufig so irrelevant, wenn man zum Beispiel den Tod im Angesicht hat, dann ist es irrelevant. Und ich hatte das auch so damals, da ist ein junger Kumpel von mir, ist, ist abgestochen worden und da war ich irgendwie so 21, ich habe vorher mit dem in meiner Geburtstag am selben Tag gefeiert, weil wir zwei Tage waren wir auseinander. Da habe ich auch gesehen, es kann alles vorbei sein, einfach so. Und er ist jetzt gar nicht mehr da. Das heißt, wir müssen doch jetzt wirklich das tun, was wir tun müssen, weil wer weiß, wie lange wir noch hier sind. Und da haben wir es einfach verpasst. Und wenn wir das so sehen, denken wir, boah, jetzt fangen wir an und wir machen weiter. Jeden Tag, wie du sagst, jeden Tag gehen wir diesen Weg und machen wieder was Cooles. So ist es. Und auf eine seltsame Weise war auch sein Tod deswegen nicht umsonst, weil er eventuell, vielleicht war es nicht seine Bestimmung, aber sein Tod hat dazu geführt, dass ein anderer Mensch, der ihm nahe stand, sich seiner Bestimmung sicherer wurde. Vielleicht war das auch Teil seiner Bestimmung. Also das sind Ketten, Bestimmungsketten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass Menschen nicht unnötig künstlich geschützt werden, vor allem, was mit dem Leben zu tun hat. Also dass Kinder ihre Hände in den Sand graben und auch mal einen Sekt dran haben und vielleicht auch mal eine Allergie haben oder ein Obst essen, was vom Baum kommt und nicht 30 Mal chemisch behandelt wurde, bevor es bei Rewe irgendwo liegt und schön aussieht, sondern dass man mit allen Seiten des Lebens in Berührung kommt und dadurch formt sich ja auch sowas wie Vertrautheit, Bewusstsein, Wachstum. Und wenn man immer nur auf einer Frequenz ist, wo alles irgendwie funktioniert, kriegt man vielleicht diese Schübe, die einen in diese Bestimmung schieben, etwas später oder anders. Und in jedem liegt eine Botschaft, ein Wunder. Und das sieht man dann später, ganz klar, wie du jetzt. In dem Moment ist man erst mal völlig überwältigt und völlig überfordert. Das ist ja auch normal. Das ist ja auch Wachstum. Und ja, vielleicht ist es einfacher, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfacher, diese Dinge zu erkennen, wenn man so ein kreativer Mensch ist, weil das zieht einen ja ganz klar hin zu bestimmten Tools und Instrumenten oder Mikrofonen oder... Aber bei anderen Leuten sind es dann halt Werkzeuge oder Pinsel oder Menschen oder Tiere oder Obst oder Landwirtschaft. Aber also, man muss schon darauf hören, sonst passiert nichts. Also, man muss lernen, diese Botschaften zu erkennen. Ja. Bei mir war es auch so, ich erinnere mich jetzt gerade noch wieder, ich habe dann gedacht, wir waren auf der Beerdigung und so und dann haben so ein paar natürlich gesagt, wir müssen noch Rache üben, weil der Typ ist dann natürlich aus dem Gefängnis gekommen und war auch Minderjährig nur ein paar Jahre und war diese ganzen Geschichten. Aber keiner war wirklich da oder hat es auf jeden Fall keiner gesagt, zu sagen, wir müssen jetzt unser Leben verändern. Ich habe mir gedacht, ihr macht alle weiter wie vorher? Also, das ist jetzt gerade passiert und jetzt machen wir wieder Daily Business und wir machen wieder die gleiche, den gleichen Kram? Nee, lass mal wirklich jetzt anpacken. Lass mal gucken, warum sind wir eigentlich hier? Was ist unsere Aufgabe? Was können wir machen? Und wie können wir das übernehmen? Also, wie können wir daraus jetzt, so wie du sagst, wie können wir dieses Ereignis jetzt nicht einfach so stumpf, ah, es passiert? Nee, das darf nicht umsonst gewesen sein. Ja, ja, ja. Wenn es schon passiert ist, dann müssen wir die Sache jetzt aufnehmen und auch an uns heranlassen irgendwie. Interessant, weil eigentlich ist dieser Rache-Gedanke, ich meine, es ist immer leicht zu sagen, Rache ist schlecht, Gewalt ist schlecht, bis es die eigene Familie betrifft, wir kennen das alle. Aber im Prinzip ist ja sowas wie Rache oder Gerechtigkeit auch nur der Versuch gegen das Wachstum, nämlich alles soll wieder so werden wie vorher. Einer wurde genommen, wir nehmen einen von denen und jetzt ist alles wieder ausgeglichen. Aber eigentlich will das Leben ja auf eine neue Frequenz, in eine neue Phase, wie du sagst. Also, was bedeutet es jetzt für uns? Was können wir eigentlich daraus schöpfen? Und natürlich ist es eine Tragödie und je ferner die Person, desto leichter ist es zu verarbeiten, das ist klar. Aber trotzdem hat alles am Ende auch mit Bewusstsein zu tun, mit Vergebung, mit Spiritualität und mit diesem Schmerz überkommen, diesen Schmerz, vor dem ja keiner gewappnet ist, also der auch ein Teil des Lebens ist. Also Schmerz bis hin zu Verzweiflung, bis hin zu wirklich Ausweglosigkeit, das macht ja auch was mit einem. Und den zu überkommen und da dann auch wieder zu sehen, ach, danach ist wieder Licht, ja, wie auch im ganzen Lebenszyklus. Ja, einfach mehr Bewusstsein oder jeder so viel, wie er kann, aber bloß nicht. Und da kommen wir wieder zu den Verschwörungstheorien. Was sind Verschwörungstheorien als eine Form des Bewusstseins für etwas, für Wahrheit und Lüge oder für Licht und Dunkel, für Machenschaften und schöne offizielle Anlässe, wo alle sich mit schönen Worten brüsten, aber keiner redet über das Offensichtliche. Das ist auch nur eine Wahrnehmungsverschiebung. Mehr ist es nicht. Und da wir sozusagen ein, ja, ein öffentliches Bild haben von Staat und Medien und Wirtschaft, ist das natürlich nicht in deren Sinne, dass da Gedanken ins Spiel kommen, die das so ein bisschen entlarven. Das ist klar. Aber ich meine, so ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein will antworten. Das will nicht einfach nur gefüttert werden mit irgendwelchen Informationen. Wir sind ja keine Maschinen oder vielleicht doch, aber zumindest organische Maschinen. Ja, ja. Jetzt ist der, die Frage, ich habe es auch gerade gedacht, das ist auch wieder der Link dahin. Wie gehst du damit um, dass da jetzt manche Leute an so Machtpositionen sind und ihre Macht also entweder missbrauchen oder vorsätzlich oder einfach so, weil die das nicht anders wahrnehmen, keine Ahnung. Aber man könnte ja auch sagen, boah, du machst ja auch ein paar Videos, wo du dann so ein paar Politiker mal durch den Kakao ziehst. da kann man ja auch wütend werden auf die und denken so, mein Gott, ich will eigentlich nicht, dass alles anders ist. Hast du solche Gefühle oder transformierst du die? Oder ich meine, bei Verschwörungstheorien ist es ja immer viel heftiger, weil das Leid ja immer viel größer ist. Also das ist ja, wenn wir uns mal überlegen, wenn man jetzt so ein paar Theorien mal nimmt, was da wirklich, was das heißt. Ja, absolut. Ich versuche aber auch da nicht zu sehr ins Dunkle zu verfallen. Ich versuche auch da, also das für mich alles ein Spiel ist. Also es geht um etwas und es ist nicht alles, ja, nicht alles darf einfach so irgendwie hin und her geworfen werden. Aber es ist ein Spiel, in dem ich mitspiele und diese Politiker-Jokes, die auch sehr gut laufen, die ich auch sehr gerne mache, weil die Politiker, die wir haben, sind ja natürlich auch prädestiniert dazu verarscht zu werden, kann man nicht anders sagen. Trotzdem weiß ich natürlich, dass eine Baerbock oder ein Habeck oder ein Scholz nicht die Quelle des Problems sind, auch wenn das viele dann so interpretieren oder meinen, da kommt man dann aber auch nicht weiter. Das sind Leute, die sind austauschbar, die haben ihre vier Jahre oder ihre acht oder ihre zwei, die sagen, was im Drehbuch steht, die haben gewisse Interessensgruppen oder Hochadel oder Finanz oder wer auch immer da will, dass sie ihre Aufgabe spielen und das machen sie gut. Manchmal machen sie es auch extra nicht gut, weil das im Drehbuch steht, sei extra ein bisschen dümmlich oder wir nehmen den, weil er einen Sprachfehler hat, weil Storytelling, du kannst nicht einfach nur normale Leute irgendwo hinstellen, die ihren Text runterrattern, da muss was passieren, links, rechts, oben, unten, gestern, heute, Zirkus, schön, Ablenkung, Manipulation, hier, jetzt kommt der Tusch und der dritte Akt, so dass es alles instrumentalisiert, ich kenne das ja, weil ich selber Story schreibe und wenn ich das so sehe, was hier so vorgeht, dann denke ich mir so, ja, der Drehbuchschreiber, Respekt, der hat einen guten zweiten Akt eingebaut, starker zweiter Akt, im dritten hat es ein bisschen gerüttelt, aber gutes Finale, ist natürlich alles für den Arsch, aber gut geschrieben, jetzt mal leicht übertrieben, aber, also, es ist, da sind schon ziemlich dunkle, ziemlich dunkle Dinger im Hintergrund, aber eigentlich kann man nicht mehr, als versuchen, die Leute zum Licht zu führen und mit dem Licht kommt nicht nur Erkenntnis, sondern auch eine gewisse Resilienz gegen Lügen und Missbrauch und Versklavung und Fremdbestimmung, also wer, wer, der mit sich im Reinen ist und der nah an der Natur ist und nah bei Gott, wer lässt sich denn von irgendwelchen blöden Nachrichten wirklich mal beeinflussen, also, klappt doch gar nicht. Deswegen gilt es, die Leute von diesen Frequenzen wegzuhalten, also Familie ist eigentlich Drittes Reich, Gott ist veraltet, ja, Wandern ist eigentlich auch rechtsradikal und also alles, was uns gut tut, gut Ernährung ist übertrieben, haben die auch in rechten Kreisen immer diese Vitamine und so, gefiltertes Wasser braucht kein Mensch, ist Verschwörungstheorie und ja, also wenn du die Leute wegbringst von dem, was gut für sie ist, dann vergiften die sich schon selbst, also mit dem, was sie zu sich nehmen, mit dem, was sie anfangen zu denken und das ist eigentlich der Kampf, das ist eigentlich das, was hier passiert, nämlich eine, sozusagen eine Kampagne, um ein paar Leuten die Menschheit zu versklaven und du kannst nicht einfach Leuten sagen, du bist jetzt ein Sklave, du musst ihnen das Fundament wegreißen, damit sie fallen und um ihr Leben jaulen und nicht mehr wissen, was als nächstes passiert, erst dann kannst du ihnen eine Kette reichen und die Kette, die sie versklavt, die zieht sie aus dem Loch, ja, das ist so ein bisschen dieses Bild und das passiert ja die ganze Zeit, trotzdem auch da, also, kein Bock in dieses Loch zu fallen, dann fliege ich lieber. Und auch das, würdest du sagen, das ist auch eine Entscheidung, die wir treffen können und dann müssen wir das gar nicht machen, weil wir ja freie Wesen sind und man sieht's, es geht auch anders. Ja, aber was sind denn das für Figuren? Ich weiß, ich kenne die Leute ja nicht persönlich, ich weiß auch nicht, ob so ein Klaus Schwab wirklich auch Teil des Problems ist oder ob das nicht am Ende auch nur so ein Schweizer Bürokrat ist, der Bock auf Umweltschutz hat oder ob der wirklich durch und durch böse ist und die Menschheit versklaven will. Irgendwo über ihm wird da jemand sein. Das sind doch letztendlich auch keine alten Seelen. Das sind doch irgendwelche Teenager gefangen in Körpern von alten Säcken, die irgendwie, wer hat denn Freude daran, Menschen was Böses anzutun? Ein Sadist, ein ganz klarer Sadist. Manche machen das privat bei sich zu Hause, das ist ja auch alles schön und gut und manche müssen das halt unbedingt über Kulturen und Völker und Kontinente und vielleicht auch Planeten, wer weiß, betreiben und um ihren Sadismus zu befriedigen. So, ist eigentlich schon Strafe genug, dass man nur Freude hat, wenn andere leiden. Also wie soll denn jemand noch mehr leiden, als wenn der nicht ein gesundes Miteinander aufbaut, sondern so Katastrophen die ganze Zeit sich aus dem Ärmel saugen muss. Das ist doch schon die Hölle im Kopf dieses Täters. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach diese Website funfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.